Guten Morgen! Ich begrüße euch hier auf dem Versuchsfeld in Norwinich. Mein Name ist Klaus Schmitz, ich bin Vertriebsleiter bei der RWZ für den Bereich Saatgetreide und Saatmais und möchte mit euch jetzt durch den Weizenversuch hier durchgehen und euch die interessantesten Weizensorten für die kommende Aussaatperiode Herbst-Aussaat 2020 vorstellen. Der Versuch ist folgendermaßen aufgebaut. Zu meiner Linken seht ihr die unbehandelten Parzellen der jeweiligen Sorten. Da muss die Sorte sich dementsprechend zeigen, wie der Züchter sie hergestellt hat mit all ihren Vorzügen, mit all ihren Macken, sprich Standfestigkeit, sprich Anfälligkeiten für Krankheiten etc. Zu meiner Rechten haben wir dann die intensive Variante, wo dementsprechend intensive Fungizidmaßnahmen eingesetzt wurden, um zu zeigen, wie die Sorten unter intensiver Fungizidpflege und intensiver Einsatz von Wachstumsregulatoren nachher ihr Leistungspotenzial umsetzen können. Und hier werden die Sorten dann dementsprechend auf höchste Ertragsfähigkeit geprüft und abgetestet.